Du siehst dich auf dem Platz um. Was möchtest du tun? Möchtest du den Toten auf der Bank untersuchen? Möchtest du das, was du für einen Hund hältst, untersuchen? Oder willst du lieber das Kaffee in Augenschein nehmen? Oder soll es doch der Tante Emma Laden sein? Oder möchtest du lieber weiter nach Bruchfelding hineingehen? Triff deine Entscheidung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020